Da, wo andere Urlaub machen, inmitten der Tiroler Berge, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Kunststoffteilen spezialisiert hat. Die Firma Brandauer Tirol Tools. Aber was macht eigentlich die Firma Brandauer so speziell? Einmal sind es die Menschen, die hier arbeiten. Fleißige Tirolerinnen und Tiroler mit Handschlagqualität. Erfinderische Konstrukteure, bestens ausgebildete Entwickler und gewiefte Techniker. Hier läuft, wie man so sagt, das Rad rund. Es wird unter einem Dach konstruiert und entwickelt, Formen und Werkzeuge gebaut, experimentiert, produziert, verworfen und wieder von vorne begonnen. So lange, bis die Teile so sind, wie sie die Kunden brauchen. Apropos Kunden. Die sind bei den Entwicklungsprozessen selbstverständlich voll involviert. Das spart Nerven, Geld und Zeit. Zeit, die man für bessere Sachen verwenden kann. Zum Beispiel eine Kaffeepause. Ah, was täte man wohl ohne diese Maschine? Und ohne diese hier? Und diese? Und diese? Ein Glück, dass die Firma Brandauer bei der Technik immer am aktuellsten Stand der Dinge ist. Das war schon immer so. Denn die Firma Brandauer ist ein Tiroler Traditionsunternehmen. Mit Erfahrung und Mut. Seit über 100 Jahren. Und so wird es auch bleiben. Ein flexibler Familienbetrieb mit höchsten Qualitätsansprüchen. Abgepackt und versendet werden nur beste Qualitätsprodukte. Denn das ist der Auftrag. Tag für Tag. Ja, das alles macht die Firma Brandauer so speziell und gut. Tag für Tag. Tag für Tag. Tag für Tag. Tag für Tag.